Hallo ihr lieben Sportbegeisterten! Mit dem Touch Tailwind Laufshirt von Nike wird euer Laufsommer noch mehr Spaß machen. Dank des leichten und weichen Materials liegt es immer angenehm am Körper. Durch den Einsatz verschiedener Materialien wird die Bewegungsfreiheit und die Atmungsaktivität gewährleistet. Dabei sorgt die Nike DryFit Funktionsfaser dafür, dass der Schweiß sofort nach außen weg transportiert wird und das Shirt nicht nass am Körper kleben kann. Mir persönlich gefällt sehr, dass die Ärmel verkürzt sind und die Schulterpartie geschützt bleibt. Gerade in Kombination mit enger liegenden Laufteils ist dieses Shirt aufgrund des langen Schnitts ein echter Hingucker. Das Touch Tailwind Laufshirt von Nike gibt es in verschiedenen Farben und du bekommst es natürlich in deiner Runners Point Filiale oder hier im Onlineshop unter www.runnerspoint.com.